Die Südumgehung von Brome ist im Vordringlichen, da kann eine Umgehungsstraße in den Vordringlichen Bedarf kommen, wenn offenbar Hochwasserschutz, Naturschutzbelange wirklich in keinster Weise Berücksichtigung gefunden haben. Es ist den älteren Menschen gegenüber vor allem ein Hammer, denn so wie die Strecke geplant ist, kann sie nicht realisiert werden. Und es ist ganz, ganz traurig, dass einige Menschen aushalten müssen, weil Planung über ihre Kanäle wegkommt.